Dann einmal über die ganz stabilen Eisenstangen. Oh Mann, warum? Hange dich einfach zur Seite. Naja, das machst du natürlich nicht, nee. Du musst ja drüber laufen. So, dann können wir hier schwingen. Wie praktisch, dass diese ganzen Ruinen immer so fallen, wie wir es brauchen. Und, schönen Festhalten. Ja, sehr schön. Na, kommt weiter rüber. Noch ein Stück nach unten vielleicht. Oder auch nicht. Kommen wir hier. Okay, hier müssen wir einfach nur rüber. Zack, 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 zack. Ja, dann da lang. Dann können wir hier, denke ich, mal runden. Hallo? Sie sind hier, irgendwo. Jawoll! Tja. Nate, machst du bitte meine Tür auf? Sekunde. Ich wusste gerade erst mal da so Typen weg haben. So. Nee. Schon wieder welche. Oh nee. Na komm, licht dich wieder schon hin. Hä? Wo ist der? Dope. Ich sehe euch. Okay. Da kann man wieder eine Handgranate nehmen. Ein bisschen... Achso, stimmt. Ich wollte hier die Uzi. Kann jetzt dieser Igel. Ah! Steht da einer? Nee, da ist einer. Hättest du mal lieber nichts gemacht. Ey, ist doch nicht normal hier. Ich habe mich doch erledigt. Hallo? Ja, ja. Ja, ja. Komm ja gleich. Ja, ich brauche noch eben eine Handgranate. Zurück! Nate, mach die Tür auf! Ja, mach ich doch! Meine Güte. Bist du ungeduldig. Ohne meine Hilfe. Okay, wollen wir das Schild wieder nehmen? Etwas für sich, ne? Zack! Hilf mir mal. Ich glaube, ich komme an die Leiter. Ja, warte. Ich würde doch das Schild hier benutzen. Ja, verdammt. Dann halt nicht. Nee, hier halten. Da. Ja, und jetzt? Oh Mann, viel zu schön, um sich draufzusetzen. Na bitte. Sag nicht, ich würde nichts für dich tun. Ich würde sagen, hat ein bisschen gedauert hier. Der Tor habe ich viel schneller aufgemacht, als du hier die Leiter runter. Nee, nee, nee. Komm, drauf da. Das waren zwei. Chloe, warte auf mich. Also ich möchte hier eigentlich keinen Urlaub machen, ne? Ich glaube, wie schön das Hotel ist. Kannst du dich da einfach drunter herkrabbeln? Mann. Mann, hier brennt ja alles. Ich will sich auch wieder kaputt ballern. Nee. Dann macht das nicht. Hä? Nee, da kommen wir nicht durch. Ah, okay. Hier lang. Hier muss ich irgendwas machen. Nicht, dass die Hütte zusammenbricht. Los. Okay. Augenblick. Augenblick. Will mir nur kein Spinnereiz machen. Gute Manieren, was? Glaub mir, die kommen nie aus der Mode. Ja. Dann müssen wir gucken, dass der hier irgendwie wieder rauskommt. Da. Oh, das ist doch nett hier. Das ist doch ein schöner Garten. Das hat doch richtig Charme. Wenn die ganze Umgebung nicht so kaputt wäre. Wunschkonzert So Hier haben wir den Widerstand, wir tun uns ja wohl nichts tun Diese Typen einen Bogen machen Hey, weißt du überhaupt, wie man mit sowas umgeht? Na sicher doch Ich schleich mich um sie herum und spreng ihre Party Hast du da nicht jemanden vergessen? Tja, da kommst du ins Spiel Um den musst du dich kümmern Aber mach es leise Ach so, leise Und du bist sicher, das klappt? Tja, das ist eben kein Wunschkonzert Was heißt denn das schon wieder? Ja toll Leise soll ich es machen Hä? Wurfmesser wäre jetzt gut Könnte doch hier einfach alles Alles, äh So eliminieren Erstmal den weg Und den So, der ist leer Also nehmen wir jetzt die AK Aber ihre Granate hat nicht so viel Wirkung Es zieht wie gedacht Das ist schon wieder so einer Ja, hä? Ich dachte, ich schäfe mich schon Hä, der hat aber auch komische Zuckungen hier So 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 Den haben wir Ach, Mann So, einmal kurz nachladen Wow Was ist das denn hier? Ah, warum schieße ich eigentlich? Na Gehst du drauf Zack So, den hätten wir Ich möchte da gerne in die Mitte Ah, das sind so ein paar Granaten Hey Hä, wie viele sind denn von den Typen da? Da sind ja noch mehr Ist das die ganze Zeit nachspawn Und ich einfach vorgehen muss Man weiß ja nie War das Chloe oder wird er geschossen? Mann Oh, Mist Verstärkung Schon wieder Ah, Mist Zurück Ja, da, da, da Ja, hier ist noch einer Wow Komm her Das klingt auf jeden Fall nicht gerade gut Oh, das wird dir wehtun Ah, den haben wir erwischt Ah, den haben wir erwischt Der da unten Ja, kommt Leute Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt Dass sie überhaupt noch Lust haben Da hinten Ah, meine Güte Hört das hier auch mal irgendwann auf? Zack Ah Damit wollte ich die mit seinem Schild da erwischen Vielleicht keine Munition mehr Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Handgranaten hier Hey Hier wird sich nicht angeschlichen So So, den haben wir Nochmal AK Munition Hier auch nochmal AK Munition Nachladen Nachladen Ah, hier ist auch nochmal AK Munition Vielleicht nochmal irgendwo Handgranaten Hier Ey, geh doch mal dahin Da hat Handgranate Nimm die Handgranate Hier fliegt so viel Zeug rum Das war für die UC Naja, verdammt Egal, lassen wir das Äh, Chloe Wo bist du? Ah, da Was ist denn jetzt los? Was machen wir jetzt hier? Außer dass ich hier irgendwo gegen das Blaue laufe Wo muss ich denn hin? Jetzt doch alles befriedet Ja, oder noch nicht So Oh, Mann Ja, ich glaube, das war der letzte Ich hoffe Das ist das Hotel Jetzt müssen wir nur noch nach oben Hä? Was machst du denn hier für einen komischen Luftsprung? Haben wir eine Wahl? Hilfe mal hoch Geschafft Eigentlich haben wir keine Wahl Die Programmierer haben sich das so überlegt Geschafft Ja Ja Ja, komm, lass die Leiter runter Komm schon hoch Ja Ich hab nur auf dich gewartet hier Ja, komm schon Sieht gut aus Gibt es einen anderen Weg? Nicht von hier aus Hä? Was muss ich denn jetzt machen? Drei Festheiten tut er nicht Wirklich clever Ja Ja Sah irgendwie nahliegend aus Ja Muss ich jetzt da hin? Ja, ich glaube schon, ne? Ne Ne Ne, ich glaube Ich glaube, er will den ja auch nicht Wir müssen tatsächlich Hier rüber Ist das hier das höhere Gebäude? Okay, dann ist das das Hotel Okay, bin drin Hier liegt ein AK einfach so rum Alles unter Wasser hier Chloe, kommst du mal Oh je Aber der Aufzug funktioniert noch Hier lang Ah, der ist tot So Rüdition haben wir Danke für das Aufzug holen Das war aber gar nicht nett Es hat einen Generator erwischt Hilfe mal Noch ein bisschen Nein, los Das bringt nichts Ich brauche Strom, um dich herauszuholen Hältst du noch durch? Klar Ich werde mir so lange die Füße vertreten Der Schutzschalter muss irgendwo oben sein Keine Sorge, ich mache das schon Da war so ein roter Hebel Der war unten Meistens zeigt das Ist aus Ne, mach Mach doch mal den roten Hebel Nach oben Da, da Den Mach rein Geht das bestimmt schon wieder Mann Toll Der Strom ist weg Und sie steckt fest Ich schwör's Wenn da ein Zombie um die Ecke ist Das wär's jetzt noch Aber Man hättest es auch viel einfacher machen können Einfach den roten Hebel da oben legen Bestimmt gereicht Wow Nicht gut Aber klar Irgendwann muss man wieder abknicken hier Achso Ich kann nicht weiter Klingt so, als würde wieder jemand rumballern Was haben wir hier? Welche Pistolen? Aber Wir nehmen lieber Das, wo wir viel Munition von haben Das muss ich jetzt wieder so komisch rumhüpfen Sind die miteinander verbunden Oder ist das Versehentlich? Da läuft doch jemand Der ist bestimmt ein Freund Pfeifen Echt ne coole Sache Ja und jetzt So Den haben wir weg Na komm 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 Zack Der ist auch weg Hauptsache ich kann hier so einfach nachladen Was heißt das mit diesem Mit diesem Masken-Symbol Versteh ich nicht Egal Brauchen wir nicht Ey Mach der da ey So Da ist der Aufzug Schacht Aber nicht den Den wir brauchen Kann ich mal nachladen Moment komm ich hier Was ist denn hier Ich hab die nur auf die Beine geschossen Gibt's denn hier nicht irgendwie Ach guck mal da sind wir da Das ist vielleicht der richtige Weg Dann gehen wir mal die Hm Kann ich mir die Propan-Gas-Flasche hier was anstellen Geil Drücken sie L1 kurz Um Fallen zu lassen Soll ich hier wirklich nur Fallen WAH Ah Ja Boom So geht das Ja Handgranate Obso die Handgranate die ich wegwerfe Kann ich direkt wieder einsammeln So Okay hier gibt's nix Tolles zu holen Schade 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 Dann gehen wir einfach mal hier rüber So Wofür haben ganz flaschen sind schon ganz schön praktisch ne Deine Mikrowille Aber die scheinen hier echt viel mit Propan-Gas zu kochen Da muss ich bestimmt irgendwie drauf Sieht so gewollt aus Ah ja Und jetzt Kann ich da rein Hauptsache hier ne Guckt euch mal den Drehträger an Hier Das Ding Das hier Ne Komm Gehst du rüber Ist ein viel viel längerer Hebel Als was da da hinten liegt Also bei dem Gewicht hier Müsste ich jetzt eigentlich sowas von runterknallen Aber der ist da festgeschweißt Durch den Brand Innen das Holz hat sich das Metall hier festgeschweißt Ganz klar ne Logisch So wenn die mal ein bisschen Nachdenken würden die Entwickler ne Dann Das ist schon echt cool Aber leider Machen sie immer solche Doofen Fehler Nee Du hast mich doch nicht etwa vergessen Doch doch Ich hab mir eine andere gesucht Also das ist hier wie der Aufzugsschacht Aber Achso Jetzt hat hier der Stromkontrollraum Ich hab's Aber wie haben die das denn gelegt In normalerweise hast du sowas Oben oder Naja egal Cool Da Habt ihr gesehen Oh so ein kleiner roter Hebel Muss man nur nach oben legen So Ich komm jetzt wahrscheinlich raus Indem ich hier Ein kleines Loch sprengen Ne Versuchen wir mal Naja Daneben Versuch was wert Passiert hier was Man Findet man hier nicht mal irgendwelche Geheimnisse Wär doch echt cool Komm Auf da Kommst doch auch nochmal Und jetzt können wir jetzt hier die Aussicht genießen Oder Was sollen wir hier machen Hm Kann ich einfach hier rüber hüpfen Chloe Ja Sie will irgendwas hier machen Höll Ich glaube Alles yat Liebe 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 Untertitelung des ZDF, 2020